Ich weiß, was es heißt, von ganz unten zu kommen und dank guter und kostenloser Bildungsmöglichkeiten meinen Weg machen zu können. Das habe ich sozialdemokratischer Bildungspolitik zu verdanken. Und das möchte ich unseren Kindern zurückgeben. Deshalb setze ich mich ein für gute Schulgebäude, Digitalisierung und gute Förderung für unsere Kinder, gerade jetzt in Corona-Zeiten.